Ah! Dad! Ich bin nicht dein Dad! Ich bin... Electric Man! Oh nein, Sie holen auf! Wir hätten diesen Film nie stehlen sollen! Das ist noch härter als damals, als ich vergessen hatte, wie man sich hinsetzt. Seit damals, als ich mein Dreirad aufgemotzt hab. Hallo Mädels! Na, wie gefällt euch die Kiste, ha? Ja, ich werd jetzt mal das Establishment ein bisschen aufmischen. Ja, das ist toller als damals, als ich mit der Waschmaschine fahren durfte. Hunter als Popeye! Sir, Sie sollten wissen, dass diese Wucherungen an Ihren Unterarmen gigantische Tumore sind. Ja, es überrascht mich, dass Ihnen noch nicht aufgefallen ist, dass ein Mensch nicht so aussehen sollte. Und Ihr Gestammel und die Sache mit Ihrem Auge deuten auf einen Schlaganfall vor etwa sieben Jahren hin. Das überhaupt noch unter den lebenden Wallen ist ein großes Wunder, wenn Sie mich fragen. Höchstens zwei Monate. Außerdem kann ich mit Kindern umgehen, im Gegensatz zu Meister Geppetto. Ach, mir ist die Brille heruntergefallen. Ich bin bei Burger King, brate für euch Whopper und die leckeren Chicken Wings. Darf es noch ein Zwiebelring sein, Zwiebelring sein, Zwiebelring sein. Fritten Rot-Weiß, Fritten Rot-Weiß, Fritten Rot-Weiß, Fritten Rot-Weiß, Fritten Rot-Weiß. Mach ich für euch, mach ich für euch, mach ich für euch, mach ich für euch. Fahr's nicht mit bloßer Hand ins Frittenfett, denn das tut furchtbar schrecklich weh. Wie wär's mit nem schönen Apfelstrudel, wie wär's mit nem schönen Apfelstrudel? Wart auf die Klingel, hör keine Klingel, wo ist die Klingel, wart auf die Klingel. Fritten Rot-Weiß, Fritten Rot-Weiß, Fritten Rot-Weiß. Man sagt, dass Chuck Norris so hart ist, dass sich kein Kinn unter seinem Bart verbirgt, sondern nur eine dritte Faust. Das ist lächerlich. Chuck Norris? Und ich kann sieben Instrumente gleichzeitig spielen. Hm, du könntest mir gefährlich werden. Chuck! Ziemliches Risiko, hierher zu kommen. James Woods kann jede Minute zurück sein. Ich weiß, wie schnell schaffst du es? Ich bin schneller als Spider-Man im Bett ist. Oh Gott, es tut mir so leid. Das ist mir noch nie passiert. Du bist einfach so attraktiv und mein letztes Mal ist schon ein bisschen her. Ich werd jetzt gehen. You know, some people say that's good for your hair. Ja, thanks. Ich kann nicht glauben, dass mir sowas passiert. Ich kann mich in der Schule nie mehr blicken lassen. Oh ja, Mac, ja, ja, ja. Bis jetzt lief ja alles wie am Schnürchen für dich. Ja, ja, das ist jetzt die Sache, die deinen Ruf ruinieren wird. Nicht dein jahrelanges groteskes Auftreten oder dein peinliches Sozialverhalten. Oder das elefantöse Geräusch, das du beim Naseputzen machst. Nein, 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 es ist das. Hörst du dir zu, wenn du redest? Vielleicht bringe ich dich heute mit...